Herzlich Willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's euer, ich überziehe einfach die Zeit und gebe keinen Scheiß drauf, Fox. Oh mein Gott, ne Ratte. Ratte hatte ich noch nicht. Ratte fehlt mir noch. Los Rattos. Uns leid, wie war der Weg dahin? Voller Tiere. Voller Tiere. Ich kam gar nicht dazu, mal eine Quest zu machen. Irgendwie traurig, wenn es aufhört zu schneien. Mhm. Das Geweißen abnehmen kann, das hab ich schon gesehen. Das muss die Mine sein, die Arnoth gemeint hat. Die Packleute scheinen Probleme zu haben. Ja, ein Eichhörnchen und eine Ratte. Äh, Entschuldigung, eine Krähe. Ich muss wahrscheinlich irgendwelche Dinge abschießen, korrekt? Das ist wohl der Vorarbeiter, Arnoth hat ihn erwähnt. Schauen wir mal. Alles okay? Ja, ja, okay. Danke, Corvind. Corvind? Arnoth schickt mich. Ich... Nicht... Nicht jetzt. Was? Vorsicht. Was ist passiert? Explosionen in der Mine. Wasser. Alles ist zu gut. Er kann wahrscheinlich gar nicht tief genug schwimmen. Meine Leute sind noch... Sie sind doch da unten. Ich muss weiter. Du hast genug getan. Bist du verletzt? Es... Es geht um... Die anderen. Bitte. Ich muss genau wissen, was passiert ist. Wir haben kontrolliert gesprengt, um neue Adern im Berg zu finden. Irgendwas lief schief. Ich muss... Ich... Muss da rein. Ich kann dir auch ein paar über den Rübel ziehen, mein Freund. Dann gehst du da gar nicht rein. Wie viele sind noch da unten? Corvind? Wie viele? Zwei. Zwei. Glaube ich. Noch zwei. Ich tu, was ich kann. Danke. Das sieht nach einem Feuer aus, ne? Ich checke jetzt erstmal aus, ob ich hier eine Möglichkeit zum Speichern habe. Wenn nicht... Da ist ein Feuer. Ja, Rebhuhn oder was auch immer das ist, was ich muss mitnehmen. Junge. Was ist das für eine Frage? Natürlich, wenn wir erstmal schnell speichern. Nicht verfügbar? Jetzt ist hier auch irgendein Shitty Shit, den ich nicht kenne. Oh, hier ist eine Werkbank. Aber hallo, wenn ich die Werkbank benutzen kann. Kann ich? Ha, Warp-Upgrade! Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Sehr schön. Erstmal vollständig verbessert. So gehört sich das. Naja. Auch unser Outfit erstmal. Mehr Konzentration ist erstmal nice. Kann ich noch mehr anfangen. Beutel-Upgrade. Die wichtigsten von allen. Pfeilen? Nee. Tränke? Nee. Pfeile. Aber hallo. Waschbärenhaut. Seht ihr das? Waschbärenhaut. Eiche und die Knochen. Ich brauche jedes Tier, das ich kriegen kann. Das klingt hart. Aber ich brauche jedes Tier. Kröte, Gänsefeder, Kaninchen. Alles. Ein kleiner Hertrank. Krankherstellung. Fallenherstellung. Autopunkt. Hey, Weapon. Gib ihm. Wird einfach alles. Dornrücken, Starte oder immer her damit. Wird einmal alles hier gerade. Erstmal, erst mal aufgewertet. Ich brauche wichtige Updates. Hm. Spulenverwanderung. Tippe einfach mal, mein Inventar zu zeigen, um Spule zu modifizieren. Uh. Na dann. Warte mal. Meine Waffe. Korrekt. Spule bearbeiten. Ich habe keine Spule. Aber hey. Ich kann mit dem Bogen normal und Säure machen. Der macht Frost. Und das sind die Standardsachen. Fähigkeiten habe ich. Habe ich neue? Oh, ich habe neue. Nice. Ich bin schon bei Link, ob ich nicht einfach erstmal gerade... Mutstoßmeisterin. Baut Mut schneller auf. Kann ich noch nicht, oder? Aber das fühle ich gerade. Konzentration. Schnell regenerieren und einsetzen. Breiter Stoß. Ja, erstmal... Ich habe... Drei verbundene Fähigkeiten. Habe ich doch. Ach, die müssen jetzt hier runter. Ja, der Tech-Trick ist halt auch ein bisschen... noch gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ein Gewebenplatz für dein Outfit freigeschaltet. Okay. Ist sowas auch wie Slots. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Endlich mal ein abgegradeter Bogen Endlich mal Damage Es ist nicht so, dass ich mich drum geprügelt habe, aber was soll ich denn machen, wenn sie es mir schon förmlich andrehen? Ich wollte den Krieg nicht, ihr wolltet ihn! So, guck mal hier so noch... Ah, ne Unbekannt, will ich das Unbekannt erst machen? Ah, ja, ist ja gut, Mensch, meint das Unbekannt erst noch Ich brauche das Rattenfleisch nicht, aber ich brauche die anderen Dinge Hm, da Oh, mehr, mehr, Muni, nice Warte mal Stehe ich nicht hier schon? Ne Da oben Ach, wir fangen das wieder an Oben auf der Krippe steht anscheinend, dass der Park schon lange zerstört Ich muss wohl klettern Ey, sorry, ne, eine Logik, wie ich hier klettern kann oder nicht, jetzt sind wir manchmal auch noch Etwas unbedarft Ich bin ja happy, dass ich hier ein paar Dinge mir anzeigen lassen kann Weil so einfach sind die dann doch nicht Natürlich will ich wissen, was da oben ist Wenn es mir schon so angezeigt wird Natürlich ziehe ich mich hoch, wenn ich kann, geht er schneller Okay, das hilft mir wirklich, mich hier ein bisschen besser zurecht zu orientieren Nicht viel, aber immerhin etwas Ich habe noch keine Ahnung, wofür diese komischen Bauten sind, ne Bin ich ehrlich Weißt bisher null Aber hey, Loot, den bin ich Das bin ich Einmal hoch, bitte Sieht so aus, als könnte ich hier oben einmal drauf Sehr gut Lagercheck Ich sehe mich auch schon gleich da irgendwo wieder runterrutschen Das habe ich schon zwei, drei gefunden Achso, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber ich glaube, das ist das Ding, mit dem ich gekommen bin, oder? Das war eins der geilste Teil aus dem ersten Ist abspringen Das fand ich wirklich nice Keine auswirkung Okay No money, no problem So, das ist jetzt mehr geworden beim Winken da unten Okay 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 Keine auswirkung Keine auswirkung Keine auswirkung Keine auswirkung Kein Problem Wir sammeln die Teile ein Die wir abgeschlossen haben Ich will ja sowieso die Hörner und so weiter Die brauche ich auf jeden Fall Für diverse Dinge Sammelbehälter habe ich glaube ich auch gesehen Genau, das Geweiß nämlich Purple Und die lassen sich relativ gut abschießen Da ist glaube ich noch ne Genau Lohe. Hm. Die sind erstmal alarmiert. Joa, lasse. So schnell dürfte jetzt eigentlich keiner wiederkommen. Ja, sorry. Wenn das Wildschwein da schon steht, kann ich jetzt überhaupt nichts dafür. Das wollte das ja förmlich. Oh, Purple Drop. Doppel Purple Drop. Das Auto eben hilft wirklich krass bei den Tieren. Kannst du nichts gegen sagen. Ihr seht, also die Tiere müsst ihr eigentlich fast die ganze Zeit durchgängig. Könnt ihr... Oh mein Gott, Nummer 3. Nice. Könnt ihr eigentlich fast durchgängig machen. Ich würde schwören können, ich habe hier gerade noch ein Tier langlaufen sehen. Immer damit Knochen, Felle, alles brauche ich. Schäde. Lady, hi, hi, hi. Ein Wunderschön. Schön, dass ihr hier seid. Flutungen, Gräber, einstürze. Ja, ich mache das alles. Kein Problem. Ich hoffe, ich habe einen Speicherpunkt vor dem Scheiß hier. Da sind auch nur Scherben drin, oder? Oh. 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 Na, den Vogel haben wir aber noch erwischt. Ich speichere vorher, bevor ich reingehe. Hatte ich eigentlich vorhin schon gemacht, aber... Wenn ich herausfinde, wo diese Maschinen herkamen, kann ich vielleicht lernen, sie zu überbrücken. Ach, ich hau einfach ab. Das ist uns jetzt nicht wert. Wir wollen in die... Wir wollen in die Höhle. Das habe ich vorhin schon gesagt. Also machen wir das jetzt auch. Muss ja für irgendwas gut sein. Hupenstelle, guck mal an. Da werden wir aber hoffentlich irgendeine... Ich muss die Bergleute finden, schnell. Was sag ich, ich kann mich doch ducken. Ich kann die Luft noch lange noch anhalten, um den Lootvorrat zu plündern. Wie großzügig von mir. Hallo? Hört mich jemand? Hört mich jemand? Hört mich jemand? Okay, Schub ist nice. Okay, wir haben einen. Wir haben einen, ja. Hallo mal wieder. Schön, dass ihr seid. Eine Killer-Nora. Seid ihr okay? Wer bist du? Corwin schickt mich. Seid ihr verletzt? Mein Bein. Ich... Ich war zu nah an der Explosion. Was ist passiert? Wir haben im hinteren Tunnel gesprengt, aber die Stützen hielten nicht und er brach ein. Ich... Ich... Ich glaube, der Ablaufschacht ist blockiert. Das Wasser floss so schnell hier rein, wie ich Bier trinke. Also langsam. Irgendetwas hält das Wasser, also in den Tunneln. Was überlegst du? Ich habe eine Idee. Gibt es hier noch Sprengstoff? Bist du verrückt? Ja, da ist noch welche oben. Aber du brauchst Zündschnüre. Bist du verrückt? Du bist du nicht. Und ich lasse dich nicht hier. Schlimmer kann sich ja wohl nicht machen. Ihr wartet hier. Ich habe keine Ahnung. Ich muss herausfinden, was den Ablaufschacht blockiert. Und es hochjagen. Hoffentlich ohne, dass die Mine über mir einstürzt. Kann ich mit dir noch reden? Ihr solltet gehen, bevor es zu spät ist. Hier wird niemand zum Klappen. Hm. Hm. Von der Logik her müsste ich jetzt erstmal zurück. Auf der anderen Seite. Die Folge ist schon wieder vorbei, ne? Ja, ja. Ja. Wo bin ich? Irgendwas ist in meinem Rücken. Ja, da gehen wir lang. In der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.